Ich habe euch ja gesagt, ich gebe euch noch ein interessanteres Problem, wo es um die Massenzusammensetzung geht, ohne so ein einfaches 1 zu 1 Verhältnis. Also hier ist es. Ich habe hier eine Flasche von Stoff und zwar, das ist was Flüssiges und jetzt sind es 2,04% Wasserstoff, 65,3% Sauerstoff und 32,65% Schwefel. Was ist die empirische Formel von dieser Substanz? Was machen wir jetzt? Wir nehmen erst mal wieder an, dass wir 100 Gramm von diesem Zeug haben. Nehmen wir einfach mal an. Es sind 100 Gramm davon in der Flasche. Ich mache das jetzt mal in gelb. Also wir haben 100 Gramm von dieser Flüssigkeit. Wie viel Gramm Wasserstoff habe ich? Wenn ich also 100 Gramm von der Flüssigkeit habe, dann entspricht es 2,04 Gramm Wasserstoff, 65,3% Sauerstoff und 32,65 Gramm vom Schwefel. Gut. So, jetzt schauen wir an, wie viel Mol, Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel das Ganze eben enthält, um dann die empirische Formel auszurechnen. Was ist die Masse von einem Mol Wasserstoff? Wir kennen die Masse von Wasserstoff, das ist 1, das ist einfach 1. Also das Atomargewicht von Wasserstoff ist 1. Stellt euch jetzt einfach mal den Wasserstoffkern vor. Es hat ja keine Neutronen, es hat ja nur ein Proton in der Mitte. Es hat also eine atomare Masseneinheit von 1. Wenn du jetzt also 1 Mol nimmst, dann wissen wir, dass 1 Mol einfach 1 Gramm wiegt. Also 6,02 mal 10 hoch 23 Atome wiegen 1 Gramm. Also 1 Mol Wasserstoff wiegt 1 Gramm. Wir haben jetzt aber 2,04 Gramm. Wie viel Mol sind das? Also 1 Mol ist 1 Gramm. Also haben wir 2,04 Mol Wasserstoff. Das ist die Masse von dem Wasserstoff. Und das sagt uns, wie viele Wasserstoffmoleküle wir haben. Also 2,04 mal 6,02 mal 10 hoch 23 Wasserstoffatome haben wir hier. Jetzt gehen wir mal zum Sauerstoff über. 1 Mol Sauerstoff. Die Massenzahl von Sauerstoff, falls du es vergessen hast, zeige ich es dir hier nochmal. Also es ist 16,16. Also hat 1 Mol von Sauerstoff hat also 16 Gramm. 6,02 mal 10 hoch 23 Sauerstoffatome wiegen genau 16 Gramm. Wie viel Mol haben wir hier? Also wir haben mehr als ein Mol auf jeden Fall. Wir haben, ich mache mal das hier drunter, den Rechner. Wir haben also 65,3 Gramm Sauerstoff. Und wir haben 16 Gramm pro Mol. Also geteilt durch 16 haben wir 4,08. Ich will es jetzt mal nicht zu exakt machen. Wir haben also 4,08 Mol. Ich schreibe das mal in meiner Sauerstofffarbe hin. Also 4,08 Mol Sauerstoff. Und jetzt kommt der Schwefel. Wie ist die Massenzahl von Schwefel? Also an was ich mich sehr gut erinnere, ist der Schwefel, wie der riecht. Wir hatten Freunde in einer Schwefelstadt. Dort gab es sehr viel Schwefelverarbeitung. Und Gott sei Dank ist es inzwischen nicht mehr so. Aber früher war es schon so. Auf jeden Fall ist es so, es hat früher da ziemlich nach Schwefel gerochen. Und es riecht einfach nach faulen, faulen Eiern. Also wo ist der Schwefel? Wo ist der Schwefel? Hier ist er. Die Atommasse von Schwefel ist 32 pro Schwefelatom. Und ganzes Mol hat also 32 Gramm. Also kein, 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 kein Muli-Schwefel. Sondern ein Mol, also ein Mol-Schwefel wiegt 32 Gramm. Wie viele Mol haben wir hier? Wir haben ein bisschen mehr als 1. Aber lass uns das mal etwas genauer ausrechnen. Also wir haben 32,65 Gramm. Wir teilen das Ganze durch die Anzahl der Gramm pro Mol, also 32, ist genau 1,02 Mol Schwefel. 1,02 Mol Schwefel. Und hier siehst du, das ist ein ganz schön gutes Verhältnis. Das haben wir genau ausgerechnet. Das habe ich nämlich so vorbereitet. Ich habe das genau so für euch vorbereitet, damit ihr es besser seht. Also für jedes Mol Schwefel, also für jede 6,02 mal 10 hoch 23, hast du 2 Wasserstoffe. Also weil 2 mal 1,02 2,04 ist. Und dann habt ihr 4 Mol Sauerstoff, weil 4 mal 1,02 ist 4,08. Wie ist also das Verhältnis Wasserstoff, Schwefel zu Sauerstoff ist für jeden Schwefel, haben wir 2 Wasserstoffe und 4 Sauerstoffatome. Die empirische Formel ist also H2, dann haben wir 1 Schwefel und wir haben 4 Sauerstoffatome. Das ist Schwefelsäure, das ist eine Sache, die ihr niemals verschütten solltet. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt ganz sinnvoll so.